ja da sind wir wieder hier bei einer weiteren Folge Let's Play Data ohne Grafik Bugs und ich habe auch äh gleich mich Penkelers Schmerzmittel rein Bandage und dann wieder weiter und der Christoph und ich sind ganz nah am Airfield er trifft Entschuldigung ja ich bin auch noch da und die KG ist auch gott jetzt schon wieder zum bisschen hinter mir ähm ja du bist bei den Lagerhallen ich bin in einer Lagerhalle drin ja wir haben in der letzten Folge Folgen das erlebt wir sind aber ich bin ja gestorben ich habe nichts mehr zu trinken genau er ist von der ersten Zerniko ist gestorben und dann wir haben es bei dem Versuch Dich zu retten mein Freund das war der Helder von dir natürlich äh muss man natürlich gleich belohnen mit einer Pepsi äh und mir am besten mal ja okay Blut reicht aus und dann noch ein wenig Picknick machen und hält sich irgendwie in der Nähe auf der Lagerhalle ich bin gleich bei den Lagerhallen diesmal ohne Sound-Bug ohne Grafik-Bugs boah das ist der Traum ich habe das Spiel nach dem Spiel gestartet damit diese scheiß Grafik-Bugs und Sound-Bugs weggehen tja irgendwie äh wir haben vorhin auch ein ganzes Auto in Czerno gefunden vor der Aufnahme was man aber überhaupt nicht fahren konnte weil mit der Vorderseite war es am Haus und mit der Hinterseite an so einem Sandwall also keine Möglichkeit frei rauszufahren genau und was auch noch das Problem war was auch noch das Problem war der Tankfall leer also wieder ganz toll äh der Welt hier genau mal wieder irgendwas fehlt immer hier gibt es leider kein Praktiker naja bis auf der Heli da der Heli war ganz kurz ihr uns noch an die allererste Folge erinnert euch noch an die allererste Folge da hatten wir ein Heli gefunden in Czerno ich dachte es war dann er fiel oder es ist immer anders damit hingeflogen ja Prozent der Toll hier liegt wieder allein nichts aber doch hier liegt was bloß auch kommt die Sonne wenn ich jetzt schießen kommen mehr zum Wies oder oder ich schieße ich schieße auf alle hier wo bist du ich gehe jetzt in das Haus rein also mich nicht erschießen falls du da drin bist jawohl alle Dauer und er hat halt noch einer ich gehe ins Haus rein wenn du da drin bist dann nicht schießen ja ey die machen man schaut die machen man schaut ja er hat eine Coke der hat eine Coke für mich oh das ist nett das ist sehr nett dann die Kollegen Remington Remington Flashlight das ist toll hast du da für Munition oder warte mal braucht man da für die gleiche Munition Lass mal sehen äh kann ich natürlich jetzt nicht sehen scheiße ne in welcher Lagerhalle bist denn du? ich bin in keiner Lagerhalle ich bin in Tower und werde gleich vielleicht glämmert sind oh ich glaube wir haben uns mit den Lagerhallen falsch verstanden ja das kann gut sein aber ich bin hinten bei diesen alten Hallen ja ich muss so und so die Flucht ergreifen weil es wie weil ein Zombie hinter mir her gelaufen ist und jetzt äh gehe ich über die Notleiter runter wenn die mal funktionieren würde ja das ist jetzt das Problem oh ich renne Gott zu dir natürlich wird die Baxi wieder in Dase sehr mal natürlich das Spiel das macht's aus die Bax ohne Baxi langweilig so jetzt die Glasplitter auch da kommt auch gleich meine Freunde die zu mir ja da muss ich mir jetzt bei einem Ding durchsuchen um zum Ding zum Ding und jetzt ein Rentscharkter die Lauer da auch nicht schnell schnell ich habe irgendwas in der ersten Lagerhalle gesehen vom Tower aus die erste Komponenten Lauer ach so ja wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt welche Games wir noch packen können oder was euch unbedingt äh gefallen würde wenn man das Spiel Let's Play dann könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben oder eine PN und dann werden wir schon was ich machen lässt genau es kann auch aber bitte für ein PC danke genau wir jetzt können auch ähm Games sein also jetzt zum Beispiel bei mir wäre Battlefield 3 Multiplayer in Frage gekommen bloß ich glaub der Chris hat's nicht oder der hatte das mal aber noch was verdient ja momentan krieg ich es nicht zurück genau äh tja und da würdest du mal stehen bleiben die auch so und sie sich doch zu selbstwerten zum Beispiel gut morgen morgen hier hinten war nichts mehr nachher ähm ja also wie gesagt Games könnt ihr ruhig schreiben ein paar Games habe ich zur Verfügung nicht alles doch aufzuschießen und die Hörnze ich hab den Headshot gegeben den Toten ja ok macht er nicht so viel gebracht wo auch gekommen auch so ja okay ja schnell ne wirklich jetzt geht es wieder weiter obwohl ich noch mal schaut er hat sich mal dann kann ich mir mal nicht bauen ja und schatten jetzt blutest du ich meine nein es bringt jetzt so viel dazu und gehört so noch mal für die Zuschauer einmal ein ganzes Inventar noch mal zur Verfügung im Rucksack eine Lee-Enfield genau im Rucksack einmal eine Lee-Enfield noch mal als Not ja Notwaffe wenn meine Double-Bright-Shutgun leer geht ist immer noch Lee-Enfield da bloß die Lee-Enfield macht natürlich sie sind laut warte kurz wir sollten doch mal Portal nicht mehr ich war da nicht ich mag ja so gerne der Portal mag ich nicht so also jeder schließt seine eigene Meinung ja ich mag jetzt Taktik-Shooter oder ja aber genau genau Amar 2 Operation Air Lingo gespielt blablabla die Mots von ABG blablabla er hat mir ja beide keine Mutti ja er hat mehr toll nachdem er weil es wieder so viel zu sein Sachen mit ja ich kann ja auch von Schott machen und dann irgendwann ist die Munition auch da ist ja keine mehr er hat so leid gehen oder verliebt gleich gesagt und wenn ich den anschaue dann kriegt Lichtwachs er hat hier einen Tauerein ich habe nur eine Bandage ich hab kurz nach der Aufnahme sogar komm rein mein Spiel neu gestartet weil ich weiß dass immer so ein Quatsch kommt ja wenn man das Spiel neu startet zumindest funktioniert es bei uns so äh also nicht nur aus dem Menü raus gehen sondern wirklich das Spiel neu starten dann äh die ich mitgenommen habe natürlich hier wieder vorsorge da tue ich dir kurz auf den Boden legen du hättest dir mein Alice Pack noch holen können ja ein paar Sachen drin ein Magazin du bist so gütig zwei Magazine oh da lag aber nur ein nein zwei ich hab zwei okay du bist gütig ich weiß kommen die hier hoch hinten bei der Leiter ne wir können die Leiter weg abhauen äh ja nein können wir doch nicht das ist ein Quatsch ey die Tasche ist doch für ein echt für ein für ein Piep ein Schwerpunkt vom Bobo ja genau Bobo ja die Tasche eh die hat wieder ihre täglichen Bugs oder so ich will was in die Tasche nach ich guck mal was da oben liegt ne da liegt ja manchmal da liegt aber nichts da liegt aber nicht hab ich schon geschaut nicht okay ich mach mal Drop Letter äh okay äh ja ähm gehen jetzt mal zu den Zelten würde ich sagen ne ich auch sagen Hallo oh das ist wieder die Leiter packt schon wieder rum ist der süß so jetzt komm schnell ja okay ja die Aufnahme ist quasi wieder zu Ende würde ich sagen wir haben nur noch äh ja vier Minuten ich würde sagen heute nehmen wir 14 Minuten auf die okay dann machen wir noch fünf Minuten für ihr müsst halt verstehen wir dürfen halt nicht über 15 Minuten weil wir haben schon ein Video gemacht mit also ich zumindest mit 15 Minuten 3 13 ja und dann genau genau dann spätzt YouTube und sobald sie sie entdecken sofort erfolgt es zwar nicht aber genau deswegen machen wir ich glaube es geht sogar automatisch auch die Regel nicht länger als 15 Minuten aber wir machen jetzt immermals 12 Minuten damit wir auch ja nicht überschreiten weil ich habe mal auch äh nicht auf die Uhr geachtet und ja deswegen habe ich hier eigentlich immer so einen kleinen Timer ja und aber Prozent wenn ich da auch nicht drauf achte dann ja das war ganz schön wir werden von fünf Zombies zähle ich gerade voll die meisten sind Jumper ja ich würde sagen wir klettern auf diese komische Gerüste da und schau mal was drauf ist und versuchen mal nicht gleich getötet werden du könntest ja mal die Walking Dead spielen dann ach ja obwohl ich da schon alle drei Episoden durch habe die BD noch mal genau wer geht es ja auch schon wenn die vierte Episode rauskommt als die vierte Staffel gerade das Episode dann werde ich mehr schauen ob ich davon letztlich macht ihr könnt natürlich jetzt auch und das drunter schreibt auch Gott ey oh fuck nein 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 da nicht ich dachte gerade wird geschlagen so oh Gott ey ich werde auch geschlagen von Tomis ach so und jetzt wieder 8600 Blut jetzt ist wieder schwarz-weiß ja toll ich hab 10700 aber die schlagen mich erst ab hier ja mich auch haben sie gerade also wie gesagt The Walking Dead also wie lange braucht die Lienfield zum Nachladen steht auch zur Verfügung für ein Let's Play ihr könnt alles in den Kommentaren posten wie wir schon im letzten Video gesagt haben wirklich eure Lieben mal hier ihr könnt euch mal austoben eure Vorlieben alles sagen und wir werden mal schauen was so sich zur Verfügung stellt ähm ja Chris ist eher so ein Halo-Fan bloß natürlich Halo gibt's nur auf der Xbox nur das 1 und 2 ne ich nur ich besitze kein PC genau äh deswegen könnt ihr kann er leider nicht euch äh Halo ähm Let's Play präsentieren ähm und deswegen kein Halo Halo ist schon mal ausgeschlossen kann man nicht kann ich nie machen ich wiederhole auch nur PC-Games ähm weil PC-Games äh weil ich sind PC-Games und wir spielen auf PC ja und mit meiner Leitung jetzt die ich neu krieg dann bald äh ja wird's dann so und so alles besser laufen ich will nicht dann wieder irgendwie über die Xbox oder sowas laufen lassen und das dann wieder umständlich Jo was haben wir hier oh Gott ich renne hier gerade in den Zelten hin und her aber ich höre deine Schütze ja die Schüsse von der Waffe hier sind ja noch ja wie lange nehmen wir eigentlich auf genau jetzt sind es geschlagene circa ganz geschätzt mal ähm ja in 5 Sekunden haben wir die 12 Minuten ja jetzt haben wir 12 Minuten das heißt doch 2 Minuten neben mir auf also ich dachte die Zeit ist vorhin so schnell umgegangen deswegen dachte ich die ist jetzt schon wieder ja die Zeit vergeht schnell ja ok wir sollten uns in den Videos nicht so oft über die Aufnahmezeiten unterhalten würde ich mal sagen genau weniger spannend ja und OH FUCK was ist denn OH FUCK ich hab gerade wieder Schläge abbekommen immer gehen sie auf mich und das nicht so das war ein Death bist du schon auf allen Tauern gewesen also ich war jetzt nur auf einem bisher ähh ja ich war auf einem äh aber lad nichts Eine AK-74, oh fuck Oh, oh Oh, ich bin umgefallen, ich hab Sanduhr Ich brauch deine Hilfe, Zombies essen mich Oh, Sanduhr geht schnell vorbei Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ich helf dir So, jetzt bash mal, sie weg Komm, ab Ey, ich hab Polizisten abgeschossen Der muss sterben Ach, oh fuck, danke Alles okay? Bandagieren, ja, ja, ich muss schnell bandagieren Und die Zombie ist hier unten weggemacht Okay, ich glaube, da kommen mehr Oh, fuck, es ist, es sieht nicht gut aus, es sieht gar nicht gut aus Oh, 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 ich darf nicht anfangen zu bluten, ich hab keine Bandage Das ist gut, 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 das ist gar nicht gut Und? Hast du? Hilfe? Ah, ich kann nicht Jetzt höre ich aber nichts mehr Aber nur ganz leise, das ist wahrscheinlich Ich höre ich ganz, ganz laut Nur noch ganz leise, den Sound, da ich nicht zu verwundet bin Oh, ich brauche ich unbedingt keinen Und ich hab keine mehr Und ich hab keine mehr Huff, hab ich welche? Ja, ich hab noch eine, ich geb dir Okay, komm hoch Ja, äh, das war auch schon wieder mit unserem Let's Play Chris kommt noch kurz hoch Nein! Obwohl ich jetzt dann die Aufnahme beenden muss Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder Bei, äh Ein weiterer Let's Play Desert Hier mit Chris und Daniel, ja Und tschüss!